Hey, Interneter und Jo! Zurück in der Kirche. Ich hoffe, ich kann dir ein paar Sachen von meinem Rucksack ablegen. Ich spende die ganze Zeit hier, um die Radio zu koordinieren, um alle zu koordinieren. Sehr schön, und wer spielt diese wunderbare Musik im Hintergrund? Ist das einer von euch? Der nächste Schritt ist die Kuchen. Sam ist unser unofficialer In-House-Chef, aber... ...well, es gibt nur so viel, was jemand mit Kahn-Soup und Porkrein machen kann. Wirklich, doch. Rule number one, all the food stays in here, and it stays sealed. You wouldn't believe how fast rats get into things otherwise. We learned that one the hard way. Okay, perfect, perfect. Jeder Menge zum Essen für mich. Sleeping quarters? I hope you don't mind sharing. We're pretty tight on space here. Alan's been saying we should move to someplace bigger. But my dad's a carpenter, and he says we could build like a dorm room or something to get more space. How many people do you have here? I think you've met just about everybody, except maybe my brother and my dad. They're out scouting for supplies, I think. And haven't heard from them in a while. What's crazy, son? How do you feel? Like somebody took a weed whack into my fucking neck. We may have something here for the pain, but I'm more concerned about this fever. Could be a sign of infection. We'll need to get Dr. Hanson out here. I'll see if I can get him on the radio. Thanks, I appreciate the hospitality. Do not forget to entertain strangers. For by so doing, some have unwittingly entertained angels. How about that? I might be an angel. Look at me. Can you say this in front of your friend? But fever is a bad sign. Especially after a bite. Pastor Will is going to try and get Doc Hanson to come down and take a look at him. But if he doesn't get some antibiotics, he's probably not going to make it. If it comes to that, I promise Alan will take care of him. Pull it to the brain before he turns. It's for the best. Jesus, Lily, he's not a rabid dog. Don't you get it? More of us didn't make it than did. We can't be soft-hearted about this. Not anymore. We need medicine here anyway. You can't be sick. You understand? No one can be sick. So that's it, huh? Nice to meet you. Would you prefer to be shot in the face or kicked out of your asses? Okay. No. Look. We're barely hanging on here as it is. Medicine was some of the first stuff to run out. We don't have any despair for your friend. I'm sorry. That's just the way it is. What if I find some more? Will God pay our rent? Yeah. Sure. If you can find a place to get more medicine, I'll make sure your friend has a place to stay. His name is Ed. I know. If you need to resupply before you head out, check the locker. Nobody minds if we're getting shit done and you need extra stuff. Just don't take shit you haven't earned. I'm here. Wait, what? There's a cell tower behind the swine and bovine. From up there you should be able to get a good look at the town. Maybe you'll spot some place to find medicine. Thank you. Just hurry up, okay? I'm not sure how long I can rein Alan in. Okay. Suche nach Medikamenten. Okay. 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 Zuhause Anything I can want to go. What do I use what I can use. Fuck you. I don't have any sense. Wait. I have not said nothing. That's a problem. Uh. тайming see. Ich will jetzt eh nichts nehmen. Ich will das hier reinlegen. So sieht es nämlich aus. Bunkern. Ah, bunkern. Was bunke ich noch? Was bunke ich? Schraubenschlüssel. Vielleicht... Keine Ahnung, brauche ich den? Okay, der ist ganz schön schwer. Ich tue den lieber mal ablegen. Oh, den kann ich nicht. Ah, entweder oder oder was? Okay, super. Was da erhöhen lassen wir? Okay, sehr gut. Noch immer belastet. Jesus Christ. Okay, das ist nichts für kleine Sachte-Mädchen, wie ich es bin. Wir haben eine neue Gruppe von Survivor. Wir haben die neue Gruppe von Survivor. Ich hoffe, das war richtig. Jesus Christ, lass mich in die Map. Flippig aus. Danke. Alles ja. Alles ist in Ordnung. Okay, ich hab die Map. Was machst du hier? Du bist Lady Funkgerät. Okay. Ja, wenn ihr glaubt, dass ich jetzt bei Nacht losdüse, habt ihr euch aber ziemlich geschnitten, Freunde. Kann ich schlafen? Okay, wenn haben wir hier noch Schlagstock, Gewehr, Huntsman Adlerauge Wird schneller, besser im Bratpfanne Schlagstock, Revolver, okay Spatzkanone Fitness, super Geistesgegenwart, okay Kämpfen und Schießen ist gut Macht mich hier gar nichts irgendwie von euch an Ihr macht mich überhaupt nicht an Plünderer, holy macaroni Lass mich die Map ansehen Oh mein Gott Infektionsherd Kreischer, das klingt, das klingt überhaupt nicht gut So, da will ich überhaupt nicht hin Geischer, ich bin doch nicht bekloppt, oder? Okay, das ist die Basis Hier oben ist die End, oder? Okay, was ich will ist ein Aussichtspunkt Medikamente Okay, hier Nein, 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 hier gehen wir nicht hin Hier gehen wir gar nicht hin Was ist das? Plünderer Zu weit weg, mein Freund Tut mir leid, du bist Okay, ich such mir das Ich such die Medikamente Ich mach mal zu Damit ihr länger am Leben bleibt, okay Habt ihr irgendwas Wichtiges zum erzählen? Das würde ich stehen bleiben Ich denke nicht Reagieren die auf meine Taschenlampe? Haha, Kämpfen 3, Baby Gib mir, gib mir, gib mir Ressourcen Überraschung Okay Diesmal bleibe ich lieber leise in der Stadt Was ist denn? Moment mal, ich habe überhaupt keine Freunde dabei So sieht es nämlich aus Niemand in mir den Rücken frei hält Oh, Jesus Christ Was machst du, hör auf Gehe ein paar Schritte weiter Und jetzt töten Ich sehe noch immer die Augen Vielleicht fehlt dir was vom Gehirn Kann ich jetzt in Ruhe Oh Mann, ich habe niemanden, der mir den Rücken frei Verdammt Ich vermisse Ed Okay, was haben wir hier? Oh, betäubt den Schmerz, halt aber keine Jesus Christ Nicht fortsetzen Lass mich los, lass mich los, lass mich los, lass mich los Okay, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp Oh Gott, oh Gott, oh Gott Okay, betäubt den Schmerz, halt aber keine Wunden Starkes Zeug Das kann ich mir gleich mal reinpfeifen hier Zu deinem guten Teil wieder her Suchtgefahr Oh Modafinil, was immer das ist Das geht doch jeder Mensch Was ist das? Kaffee Ich bin wieder Es geht mir wieder gut Kann ich jetzt in Ruhe durchsuchen? Kann ich die Augen der Zombies mitnehmen? Ich gebe mir ein bisschen mehr Licht vielleicht Und also eine Halskette aus Augen der Zombies machen Okay, mehr Halleluja Ich flippe aus Wie habe ich das von Nehm Trink den Kaffee Nein Nice, exakt Und jetzt Ich habe mir aus den Augen Und ich habe mehr Platz Immerhin Okay Zwei Plätze Besser als nichts Endlich habe ich einen größeren Rucksack Hallo, Mr. Zombie Wie weiß man, wenn ich mit dem Auto herumfahre? Ich habe nichts left Was mache ich jetzt? Oh Oh, eine paar Oh Ja, warum nicht Ich bin mir jetzt absolut nicht sicher, warum ich es mache Aber Ich habe die Option dafür Und was man hat, das hat man Oh, oh, was ist das für ein Zeichen? Das ist nicht gut, oder? Das ist nicht gut Kleinwagen mit Schräg Wo bin ich denn jetzt? Hier Gibt es doch jede Menge Ressourcen Oh, ich brauche die Medikamente Was, ein Buch? Ansehnliche Pillensammlung Wie? Wie das war's? Bin ich jetzt bekloppt? Eine Bratpfanne Aber die Sache ist die Ich hab's doch nicht gemacht jetzt, oder? Wie gemacht jetzt? Bin ich jetzt komplett bekloppt? Ich werde trotzdem zu diesem Haus hier Bin mir nicht sicher, ob das die beste Ja, warum mach ich das? Ah, noch mehr durchsuchen Mein Gott, ich kann nicht mehr aufhören, damit ich muss alles ehen Was nicht bei drei auf den Bäumen ist Oh mein Gott Okay, Baby Pistole, MK3 Gib mir, mein Freund Erinnerungshockey-Schläger Das ist besser als Ich hab den Schmerz Halt aber kein starkes Zeug Okay, du stapelst das Wunderbar Ich hab den großen Rucksack, Lady Wird's dann auch mal wieder Tag? Ich seh nämlich absolut gar nichts Irgendwelche Medikamente hab ich Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt Überhaupt zu dem Ort hin muss Okay, der Rucksack sieht aber schon so aus Es würde dann noch wesentlich mehr reinpassen Finde ich jetzt ein bisschen Fies, kann ich mit dem Auto hinfahren? Das ist wie zum Zigarettenautomat um die Ecke Ich denke, das war keine gute Idee, richtig? Ich denke, das war keine gute Idee, richtig? Naja, was soll Ach, das ist da aussieht Ich habe keine Zeitleiter da oben Okay 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 Ich habe keine Zeitleiter da oben Okay Ich habe alle angelockt mit dem Auto Es ist überhaupt kein Problem, das war taktisch Das ist ein Trick Das ist ein Trick Ja, muss man nicht verstehen Hier hinten rum Perfekt, perfekt Lass mich jetzt schön in Ruhe, Zombie Ich habe nichts left Okay Wow, ist der aber echt flott Kommt jetzt bloß nicht drauf, während ich mir oben sehe, wie die Spaghetti, okay? Doch, sie kommen hoch Oh Mann, du kannst Kann ich dann runterfallen in einen Heuhaufen? Um den Rucksack abzulegen, bin ich bekloppt Das ist nie wieder los Das ist nie wieder los Das ist nie wieder los Ich habe es geschafft Ich werde jetzt nachher schauen Da ist ein... Wow Mhm 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 Minimod? Shopping Oh, Waffen Oh, Waffen Oh, Waffenladen Beste Entdeckung ever Da ist eine Horde Achso, das ist das Ihr habt kein Problem Mhm Mhm Was will sie mir damit sagen? Ja, wirklich? Baustelle? Okay 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 Wattet Kniper? Da ist ein Bild, ich sollte nachdenken Two Postamt Das geht Da ist ein Bild Da ist ein Bild Hey, was ist das? Das sieht aus wie ein Wettbewerb oder so Oh, ja, Dr. Gilroy's Clinic Was ist das? Also, Antibiotika für Tiere ist nicht anders als Antibiotika für Menschen Und es sieht aus wie keiner hat sich in Das ist eine gute Idee Okay Das ist wertvolle Wettbewerb Was? Ich soll jetzt zu dir Klinik? Okay Okay, okay Und ich hab Weg dort hinten nach Mit Sklaven für mich Exzellent Ich werde jetzt wahrscheinlich drauf gehen Ah, Mann Gib mir das Fragezeichen Jetzt hab ich aber alles richtig Okay, wie komm ich hier umgeschoren? Automatisch Okay Mission Tierklinik Wollen wir mal kurz auf die Map Holy Mucker Okay, das ist eine Menge Infektionsherd Okay Und der breitet sich immer mehr aus, oder? Will ich mir das ein? Ist das größer geworden? Das ist eine Horde Okay Kein Problem Der Infektionsherd Sollte ich nicht dort hingehen? Oh mein Gott, ich hab nicht die Nächste Idee Wir werden alle sterben Also Ja oder nicht? Wahrscheinlich nicht Sehr witzig Wie komm ich jetzt hier vorbei? Gar nicht Ich würde sterben Ich würde sterben Ich lebe Das hab ich mir gleich gedacht Der kann, der kann Der kann Der kann Oh mein Gott Ist das auch zu schwer, Baby Okay, dann werden wir nicht sprinten, sondern ganz Bist du hinter mir? Sag einmal, was hält dein Kopf aus? Ich sehe nix Ich sehe nix Okay, das könnte knapp werden jetzt Okay, das könnte nicht gut enden 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 Okay Um den Rucksack abzulenken Vielleicht wäre das doch jetzt der richtige Moment gewesen Um den Rucksack abzulenken Okay, ich sollte wesentlich mehr schleichen Das hier ist kein Kindergeburtstag Okay, super! Ich dachte, hier wäre ein Überlebender drin X Lass uns mal kurz ablenken Okay Ich werde sterben Ich werde Ich bin fast tot Ich bin fast tot Ich bin fast tot Ich bin fast tot Ich fahre jetzt mit dem Auto davon Niemand kann mich Ich bin fast tot Ich bin fast tot Ich bin fast tot das ist klar muss nur zu dem grönen punkt jetzt gut ich will mich dauernd auf alt umschauen wenn sie verdammt nochmal das passiert aber rein weiter renn weiter weil sonst flippe ich aus ich muss ich muss zu dieser form muss ich zu dieser warum muss ich jetzt zu dieser tippe nach hause gegangen die was ablegen können also gut gewesen die medikamente habe ich ja aus irgendwelchen unerfindlichen gründen oh jesus christ ha ha das ist doch das ist doch Was denn? Was, 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 was hast du mir gegeben? Oh, 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 tuck mir den. Wie? Was? Verstehen kann man. Ich hatte nicht, dass der... Bum, 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 James Bond. Was soll ich jetzt machen? Ihr einfach rein? Warum gehen wir nicht durch die Tür? Ja, wir sind drin. Tierklinik, nichts mehr da. Putschein. Putschein. Was ist falsch? Halt in der fucking Rucksack! Also, tape es hier, die kommen hier. Die kommen hier. Kann ich hier verbarrikadieren, irgendwas? Oh, super! Du hast den einen! Sie sind drin! Ja, ich weiß! Ich bin auf der Fall. Du bist kein Zombie. Fortschritt blockiert! Super! Okay, weiter. Komm, 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 komm! Gib mir, gib mir, gib mir Fortschritt! Das ist es. Lass den Spezial zurückkommen. Oh! Das war's! Bring die Läufer nach Hause! Den ganzen Weg zu Fuß! Oh, verdammt! Wo kommt der her? Anbringen! Oh, ich bin ein Idiot! Jetzt ist er dran! Ich hab den vorher nicht gesehen in Schalter. Der war gar nicht da vorher. So sieht sie mich aus. Ich brauch gar nicht zurückspulen und das Video nochmal ansehen. Warte! Ich hole ein Auto! Ich hole ein Auto! Wir sind tot! Hitms 1! Perfekt! Hitms 1! Hitms 1! Rote Punkte! Mach dich keine Sorgen! Alles wird gut, okay? Ich fahre mit dem Auto direkt zu kehren und bringe alle mit, okay? Hey, schicke Sportwagen haben wir auch noch! Was hab ich gesagt? Keine Fahrt! Was ist mir jetzt noch? Wohl! Steig ein, du Idiot! Du kannst sneaky sein, ich geh... Weißt du was? Was ist was, wenn ich einfach selber fahre? Warte, wo ist denn hier? Hier muss ich zurück. Die Läufer nach Hause. Lebt wohl! Wir werden ja sehen, was passiert, oder? Wir werden ja sehen, was passiert, oder? Ich denke, so schlecht ist die Idee jetzt auch nicht, oder? Ich meine, sieh daran, wie weit das ist. Oh oh! Hat mich nicht gesehen, hat mich nicht gesehen! Vielleicht kriege ich automatisch eine Entspeicherung. Und die Leute sind auch wieder hier. Das ist der Plan, den ich hier verfolge. Komm! Komm, geht der Plan auf! Okay, ich bin frei und klar. See you soon. Ich hoffe, du hast mir etwas schönes gebracht. Ich zeige dir, wann ich da komme. Die kommen schon irgendwann wieder. Wenn nicht, tut's mir leid. Oh, das funktioniert bei mir, also. Hallo? So, soll ich das hier ablegen? Soll ich das hier ablegen? There you go. Ha! Don't say I never gave you anything. Hm, was hast du bekommen? Oh, you know. Stuff. Gesundheit wiederherstellen? Ah, das habe ich nie benutzt hier. Verdammt. Hm. Okay, was jetzt? Bring die Läufer nach Hause. Auf immer. Also, ich bin schon zu Hause. Bei mir hat's funktioniert. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt schuld bin, wenn die es nicht schaffen. Mein Plan ist aufgegangen. Oh mein Gott. Ist das mühsam. Angestellten hier. Ich muss jetzt glatt wieder zurücklaufen. Sehe ich das richtig? Wo sind die Typen? Die sind hier hinten. Oh mein Gott. Ich muss tatsächlich den ganzen Weg zu Fuß mit ihnen gehen. Gott! Das kann nicht dein Ernst sein. Hier ist mein wunderschönes Auto. Das ist doch immer hier. Unauffällig hier geparkt. Okay, ich höre jede Menge Zombies das ist. Alter. Vorsicht! Vorsicht, Entschuldigung! Wenn's brennt, das Auto. Ist gut? Ne Horde! Das war's. Ich schätze, sie ist nicht mal an mir. Oder? Mögen wir mal nachsehen. Und go! Yes! Zombie heute getötet. Exzellent. Okay. Heute ist schon wieder hier. Okay, da sind noch eine Menge. Oh, das ist witzig. Komm her! Get around crazy! Alles daneben. Scheiße. Das liegt aber auf unserem Weg. Also von daher... Noch jemand? Du! 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 Und die Horde ist weg! Okay, es brennt. Ich sollte raus. Eine Frage, wo ist mein Rucksack? Was? Achso, das war das Gepäck von dem... Achso. Okay. Alles klar. Easy peasy. Leise. Was dauert zu lang? Nicht mehr leise. Leise. Dauert zu lang. Jetzt muss ich den ganzen Weg mit den Seppeln hier... Was habe ich denn hier noch? Hallo! Ich sehe keine Regeneration und es ist eine Horde. Oh! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Stehen die Deppen jetzt noch immer dort, oder nicht? Oh, Jesus Christ, das ist eine Horde da vor den Idioten! Hat meine Gesundheit jetzt nicht gerade regeneriert. Das ist besser. Ok, ich habe Angst vor einemreiben gehός. Wack auf. keerien Wack auf. Gar muss. Het ist echt neues. Entschuldigung. Turut, потом. Hab ich? ich habe einen von euch überfahren oder verletzt kann es sein es tut mir leid es tut mir leid es tut mir leid man jetzt habe ich vertraut verloren oh mein gott ich war so nett soll ich ich bin zu kurz ist mir wurscht könnt ihr schneller laufen wenn ich schneller laufen seit ihr schneller try to keep out of the mindset zed will come check out just about anything louder than a solid smack on the head but the right side is for shit wenn sie nicht sehen können können sie nicht essen wenn ihr zwei schlafen und gehen gehen ich bin nicht bezahlt um zu babysitzen entschuldige mich, wir versuchen den Neubi zu leben behalte dein Eindruck auf unserer Seite, wir haben Zombies in die kommen wir müssen gehen wir haben jetzt die ganze Horde hinter uns oh mein gott besser gehen, wir haben Zombies hinter uns ich habe nichts mehr ich wollte mich hier eigentlich verstecken war nicht die beste Idee, jungs, gebe ich zu kommt mit noch am Leben? haben wir jemanden verloren? was ist denn? oh mein gott was ist oh mein gott jetzt geht sie drauf nein, Gott sei Dank die Fahrzeuge sind zu gefährlich einfach lass sie du kiss mein Arsch, Alan Lilly braucht diese Minuten komm deine Arsch zurück, Alan Alan Gott sei Dank komm, wir finden uns ein Fahrzeug und holen sie nach Hause Tom hat mich getötet können wir jetzt weiter wir schaffen ein Fahrzeug war jetzt doch ein Fahrzeug wollt ihr mich ver... ich hätte das mal verwenden sollen hier kann ich denn das verwenden? jetzt doch ein Fahrzeug kennt mich doch alle was ist denn jetzt? was hier hin richtig aktuelles Ziel ja hier ist doch eins können wir das nehmen? bitte hol Sam oh mein gott wo ist Sam? Sam Sam einsteigen rücksichtslose Fahrweise also fache Sam nach Hause ja wir haben irgendjemanden verloren kann das sein? rücksichtslose Fahrweise versteht ihr das überhaupt nicht bei meiner Fahrweise? so Alan, huh? ja oh mein er ist ein verdammt aber schau auf der rechten Seite er ist nur halb so stupide wie er sieht und er ist nicht halb so schlecht in der Kriege er ist nicht halb so schlecht in der Kirche auf der Fahrzeuge wir nehmen es von hier ich komm hier ich komm hier auch ok wir bleiben hier wir parken hier das ist unauffälliger ganz meine Rede jetzt müssen wir nur noch ganz außen und herum jetzt müssen wir nur noch ganz außen und herum mich interessiert nur dadurch was hier drüben ist diese Infektion gibt da uns hier jetzt kann ich hier rein jup und so ist alle noch am leben wo ist meine Speicherung? kriege ich jetzt Points? ja wir haben 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 was ist hier okay okay ich habe diese lupus ist krone ohne mit 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 so du 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 wenn du den Dock findest du findest durch begrenzt okay maximale lagerkapazitäten erreicht nun okay ich eine die 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 ich will mich jetzt mal hinlegen kann ich mich nicht einfach hinlegen wenn ich will schlafen wie sieht's aus wie sieht's aus barrikade oh basis die hoffnung sinkt lily ist traurig was minus 15 was wieso was ist mit lily äh äh schon gut get lost was ist jetzt wieder mit lily oh mein gott lauter idioten hier ich mach ich mach einfach eine barrikade weil ich mich sicherer fühle okay ich weiß nicht warum aber ich hab die option und ich hab hier so einen komischen infektionsherd mit kreischern und den ich keine ahnung habe noch was ich mal was das bedeutet und daher mach ich schön die bretter hier ins fenster die hätte jeder eigentlich schon von euch hier machen können das ist das absolut erste was man macht vielleicht gibt es auch irgendwelche punkte wer weiß was habe ich was genommen verklickt ich weiß es nicht ich wollte hier eine brikade was sagt ihr dazu was sagt ihr dazu was ist hier nix hey you lily schon gut so long perfekt noch sicherer wäre schon fast unerträglich oder die drei holzdinger da vorne sieht gut aus ich würde mich aber echt gern hinlegen ich würde gerne wieder am tag jetzt weiterspielen bitte kann ich hier noch hin ich hab die karten schnell oh es wird hell es ist ja echt zeitgedanzt spiele ich schon so lange ich hatte kein e zur verfügung okay ich hatte kein e kann ich hier rauf klettern du schläfst auch nicht oder bist du schon tot müssen wir ihn erlösen god bless schon gut so long ne gibt es noch irgendwas zum verbarrikadieren okay was ist der infektionsherd was ist der infektionsherd sieht nicht gut aus ach ich kann den ganzen herd beseitig ich kann jetzt nicht es müssen zwei pads werden komm hier raus eleganter sprung m'lady ich kann etwas essen gut okay das war nicht die beste idee die ich je hatte das ist nicht die beste idee wahrscheinlich siehst du mich doch okay schleich nein 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 weißt du was wir machen das im nächsten paar danke fürs zusehen oh mein gott macht's gut tschüss